Erstes Lernvideo, Hau drauf Marsch für unsere Jungerbliebenen und Juniors. Wir müssen beginnen mit einer Einleitung, sind in der zweiten Reihe, in der Grundstellung. Ganz, ganz, ganz gemütlich machen wir es. Drei, vier. Dann gehen wir in die Mittellage. Dritter Finger, bleibt oben. Und dann Abschluss. Und wir beginnen mit dem A-Teil. So, und jetzt geht es los. Gehen wir wieder in die Grundstellung. Dritter, vierter. Ziehen. Einen Kreuzgriff haben wir. Dritterei. So, ziehen. Ziehen, Unterlage. Fünfter Finger hier auf dem Gleichton. Wieder die Grundstellung drucken. Unterlage. Grundstellung. Und wir sind schon wieder. So wird anfangen. Ziehen. Kreuzgriff. Unterlage. Und der Abschluss. Schön dreistimmig. Und dann spülen wir immer so. Dass wir da Quintausen weggehen. So, dann. Los geht's. Einmal machen wir noch einmal die Einleitung. Drei, vier. Mit Lage. Abschluss. A-Teil. Grundstellung. Provinuuten ist das. Und wieder anfangen. Unterlage Erster Teil, H draufmarsch